Guten Tag und herzlich Willkommen. In diesem Video geht es um die Äther, eine Einführung. Niveau und Ausrichtung des Videos sind gedacht für das Gymnasium, die Kursphase und den Leistungskurs. Der Film ist folgendermaßen gegliedert. Wir werden erstens über den Wortursprung des Wortes Äther sprechen. Zweitens werden wir ganz kurz umreißen, was Äther sind. Im dritten Punkt werden wir über den Wichtigsten der Äther, den Äther, sprechen. Der vierte Punkt beinhaltet wichtige physikalische Eigenschaften der Äther. Fünftens werden wir uns kurz der Nomenklatur widmen. Und im sechsten Punkt werden wir wichtige Vertreter kennenlernen. Beginnen wir mit dem Wortursprung des Wortes Äther. Die Älteren von uns werden sich erinnern können, dass das Wort Äther früher mit Ä begann, Äther. Dieses Wort ist zurückzuführen auf einen weltumspannenden... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.